Ich habe hier noch was zum abgreifen. Nicht wirklich. Wieso hat der noch 500 Geld in der Tasche? Auto gespeichert, gemedipackt. Ist hier irgendwie durchgegangen. Okay, hier nicht durchgegangen. Ist hier einfach den Schuss ausgewichen, oder? Oh, hier ist noch was zu holen. Und dann geht's auf und es fährt er ab. Oh, hier ist noch was zu holen. Ein Lock. Inchex. Hier öffnet Shops auch da, obwohl sie es nicht war. Da kam ich gerade rein. Ja, und wenn er nicht in den Auftaucht macht, ist es okay. Okay, der ist zu übertrieben. Ich gehe wieder auf Laser. Jetzt kann ich die Konsole auf einmal für die Türöffnung wieder nutzen. Not so, der ist fertig. Eben wollte ich sie nutzen, da ging's nicht. Und jetzt kann ich sie nutzen und dann nicht. Okay. Da kann ich ja jetzt endlich zu dieser Turbine gehen, ja? Okay, bei 100 Schuss ist bei dem Alarm. Das ist gut zu wissen. Okay, dann hole ich meine Keycard, wenn die Required ist. Hinter mir. Hier ist was gekommen. Wenn ich die schon ver-waste, dann kriege ich dich. Ah, komm. Wenn ich die schon ver-waste, dann kriege ich dich. Die Blühne Nummer zwei, ey. Ja. Hurra. Jetzt kommt er dich. Wenn er läuft bei mir, würde ich sagen. Ich hab' auch schon. Oder auch nicht. Das ist das Problem. Wenn der Blühle da geht, würde ich sagen. Das ist das Problem. Okay. Geht's jetzt hier kurz weg? Ach, ich dachte nur, da wäre einer. Hier ist bestimmt jetzt die... Keine Keycard. Keine Keycard. Weißt du, wie die Keycard ist, ne? Okay, ich muss irgendwie hier hin. Okay, ich gehe hier nochmal hoch. Wenn das so geht. Boah, hier ist hier echt ein Durchgang. Ich hatte irgendwie erwartet, dass ich hier nicht längs kann, sondern dass es da hinter ist. Aber hier ist auch nur Gläsergewehr. Ich sehe hier jetzt Fenster, ob ich durch kann. Nein. Nein. Auch nicht, auch nicht, geht nicht. Wie ist es? Kriege ich denn jetzt diese Keycard mehr? Achso, da kann ich ja nicht so steuern. Okay, hier muss irgendwo eine Keycard sein. Und ich habe die immer sehen oder so. Ich gehe nochmal hier hoch. Ich renne ja, wie wie immer. Diese Steckdose. Eine Schleuderkanone. Okay, ich habe die Keycard übersehen. Ich gebe es zu. Ja, aber jetzt habe ich sie ja. Jetzt kann ich ja endlich da hinten rein. Juhu, ich darf da rein. Ich bin authorisiert. Oh, ein menschlicher Leichnam. So was. Hier sind nochmal zwei zum Durchsuchen. Und hier nochmal ein schöner Ausblick nach draußen. Hier. Auf dem Planeten umgefallen abstürzen. Wir werden. Wir müssen. Und wenn ich das nicht doch noch meine Taten hier verändern kann. Ich bin sehr gespannt. Okay, beim letzten kleinen Medikals verbraten. Nach Munition habe ich eine Schleuderkanone gefunden. Ninig. Ich bin schlauert, ogni nicht. Also parle ich... Ich bin eine Schleuder. Kastige, ich bin ein Lieberk體. Ich bin ein auf dem Tempo. Deswegen machen wir ihn. Aber ich bin ein!" Also sage ich ganz gut. Oh, nein. Was ist das? Ungeister. Geheite ich den die ganze Zeit, wenn er sonst noch mal nachschauen soll. Okay, ich kann ja mal große Midi-Packs umstellen, da hab ich den auch mal sehr schnell dran. Warum hab ich die hierher? Oh, Geld. Noch einen Leichnam und ein Züger hier. Jetzt schau, hab ich schon wieder Auto gespeichert. Oh, hier haben wir wieder gespinnt. Noch nicht lange mehr gehabt. Was haben wir hier? Ein Lagerraum. Mit einem Ionstapel. Noch einen spinnt. Und der hier schwingt. Und umleiten. Zurecht, wie ich das mal erwähnen darf. Und wieder auftanken. Ja, ja, ja. Das ist nicht mehr. Dann lass ich doch den richtigen treffen. Danke. So, Lasergewehr. Ja. Und Stuhlgewehr. So, jetzt aber voran. Gut. Schutzschalter Tobii 2 einschalten. Jetzt fängt das hier hinten an zu bleiben. Okay, das war jetzt gut. Okay. Und zwar nicht. Ich muss die Flurz. Ich muss die Flurz. Ich muss die Flurz. Und dann haben wir schon ein paar Flurz. Ich muss die Flurz. Ich muss die Flurz. Wollen wir jetzt hin? Dann kommen die weg. Wahrscheinlich sind sie hier schon wieder da. Okay, ich guck auf die Karte. Ich darf jetzt... ...in den Bereich da drüben hin, okay. Also einfach nur... ...in die Richtung Wald zeigen. ...ehm... Hier mich auch? Jetzt sind hier noch solche Lichtgeister. Ich geh mir bestimmt keinen Auer machen. Okay, geh. Woll doch. Okay, irgendwie noch schon ein bisschen lustig. Aber halt auch schmerzhaft. Aber halt auch schmerzhaft. Okay, ich muss auf die Seite. Richtig. So. Ja, gut. Einmal gerade eins. Achja. Hier brennt sie ja noch. Lauf ich hier völlig falsch? Ja. Allerdings läuft es hier auch nicht durch. Genau. Hier komme ich auch nicht hin. Und hier ist völlig falsch. Ich ziehe noch den Weg. Achja. Hier gibt es auch den Weg. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das hier ein Weg, den ich gehen sollte? Ist das hier ein Weg, den ich gehen sollte? Ich will immer Tab drücken für die Karte. Okay, es könnte ein Weg sein, wo ich längst komme. Mhm. Glückwunnen. Die blauen sehen mir nicht mehr nach Strom aus. Wie wir alle wissen, ist Strom gefährlich. Zumindest wenn Menschen damit in Kontakt kommen. Wie Magie aussieht. Obwohl ich nicht wirklich weiß, ob Strom wirklich so in der Form annehmt, wenn er sich tätig aufgewägt. Oh, Geld. Ich habe keine Ahnung, wo ich längst muss. Also hier nicht. Aber ich kann mir hier ein großes Midi-Pack gönnen, damit ich auf der sogenannten Wege auch mal sowas machen kann. Okay. Hä? Komm ich hier durch? Auch nicht. Komm ich mit der Steuerung klar? Nein. Ich muss hier längst. Weil, geht nicht anders. Juhu, ich bin auf deiner Seite. Hoffe ich. Oder nicht. Ich bin nicht da, wo ich angefangen habe. Bitte lass mich auf deiner Seite rein. Bitte lass mich auf deiner Seite rein. Ah, ich bin wieder zuckerdaufen. Okay, ich folge einfach dem Kabel. Ich glaube, sie war das mal geplant. Ich höre die Wien laufen. Okay, ich bin wieder. Ich bin wieder auf der Seite. Untertitelung des ZDF, 2020